Ich bin Leiter der Elektrowerkstatt hier in Buxheim. Ein Betriebselektriker ist für die Instandhaltung der Maschinen verantwortlich, also Präparaturen und vorbeugende Wartungen. Wir sorgen dafür, dass alles rund läuft und dass wir sehr gute Produkte mit sehr guter Qualität produzieren können. Einen typischen Tag bei uns in der Werkstatt gibt es nicht. Jeder Tag ist anders, jeder Tag kann eine andere Maschine Probleme haben und somit ist es sehr abwechslungsreich. Die Kolb Group ist für mich ein guter Arbeitgeber, weil es ein mittelständisches Unternehmen ist, das sehr familienorientiert ist. Man hat hier einen sicheren Arbeitsplatz, es ist krisensicher und man hat einfach Spaß in der Arbeit mit seinen Kollegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017